Hallo liebe Fußballfreunde, Bundesliga 2023-2024, zweiter Spieltag. RCFC Heidenheim gegen DSG Hoffenheim. Meine Meinung nach ein Derby. Entgibnis 2 zu 3. Startelf RCFC Heidenheim. Müller, Truppe, Manka, Versalibien, Hena, Frönbach, Malini, Diki, Dimalea, Beste, Bredinger, Kleindienst. Das Startelf RCFC Heidenheim. Baumann, Kepiak, Prox, Alpoguma, Rabiek, Brümel, Grilisch, Bödelterch, Babu, Kamerik, Wachkost. Das war's von RCFC Heidenheim gegen DSG Hoffenheim. 22 Uhr 18.